Oh, schnell. Aber da hinten steht noch mehr Container, hast du gesehen, unter der Brücke, da kannst du durchgucken. Nicht der Mark, bitte. Ja. Also hier ist er, irgendwo hier links, drüben auf der, also hier auf der anderen Seite, ja. Geh bitte ab. Geh bitte ab. Oh Mann, der ist ja wieder hoch. Jetzt links, da drüben, das ist auch Container, siehst du das? Ja, das ist ja. Hey, yo, what's up, Mann? Wer ist von euch, Limon, Mann? Ich, Mann. Du bist Limon? Ja. Ja, das ist einfach eine große Fresse, so, hm? Ich bin meine Homies, Mann, hm? Ja, genau du, hm? Um was fucking geht's, Merde? Hey, und Legion Square, wie redest du mit dem, hm? Das, Mann, hab ich damit angefangen, ich hab dir auf dem fucking Foto auf Merdecam gebracht, Mann. Na, Mann. Ich hab dir keinen Respekt dazu beigebracht, Mann. Geil, geil. Ja, ich hab denen gesagt, guck mal das fucking Bild auf Venza, ja, und damit ging das los, Mann. Ja, ist klar, Mann. Hey, Homies, Mann, haut ihn auf die Fresse, hm? Round 1, 5. Mann, da ist es besser, Mann. Fick dich, Putter, Mann. Denkst du, wer du bist, Mann? Gott, den, trägst du in der Flag, Mann. Gott, den, Mann. Putter, Mann. Nice, Mann. Fuck off, den Läger. Ja, die Lady, Mann, Gott, den. Komm her, du Bitches, hä? Denkst du, wer du bist, Mann? Gott, den. Geil, was? Ja, du Bitches, hä? Come on, hä? Du brauchst die ganzen Familien, hä? Das ist es. Motor gehört. Motor kommt. Motor kommt. Ja, guck mal. Los, 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 los. Herr Biddows, wir haben da, äh... Ja, ich bin weg. Los, den, umhört dich hinterher, da. Das meint er nicht ernst, ne? Ja, wir rufen ja ein. Magst du mal zurückrufen, dass es einfach Zeitung kurz absitzt? Okay, ähm, es gibt noch ein anderer, ähm, Angelecker, die ich schnell, äh, erklären möchte. Zehnen, sich daran, dass die interne Ermittlungen leitet, zwecks Vicky, äh, Zugriffs? Ah, warte. Irgendwas, warte mal, warte, stopp. Ja? Ja. Zehnen, sich daran. Hauptmann, bei ihr. Nein, es gab seine Aufkehrlichkeit, weil der Pewter bei ihnen. Das ist nicht. Den, die Umrufer, haben die Belegung kontaktiert. Wir bitten Sie darum, diesen ersten Außer-Dienst zu spielen, zu suspendieren. Ja, das ist nicht. Ich bin 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 nicht. Das ist nicht. Ich bin nicht. Das ist gross. Ich bin nicht. Und das ist tot. Ich bin nicht. Hat es funktioniert? Ja, hört sich ja gut an, ja. 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 Gucken Sie, da ist der Krankenwagen. Können Sie mal kurz was rumpfen? Fugen Sie mal. Fugen Sie mal Ihren Standort, bitte. UN5. UN5. Kind rollen. Hör, ich geh genauer zu. Haben Sie Alien genommen? Das ist nicht so gut, ich bin nicht. Funk Disziplin. Das war in der Hand, der Schieber-Bulli. Wir respektieren jeden mit seiner Stimme im LSPD. PD 99 Ende. Ja, ein Hinweis der PD 11. Der Firehawk hat den zweiten Zug gefunden. Der befindet sich gerade beim Terminal. In einer Krube. Oh, da kommt er zu sich, da kommt er zu sich. Das könnte Greg sein, eigentlich. Ich bin zu spät. Ich glaube, du sollst ja nicht fahren. Ja, dann fahren Sie doch einfach. Oh nein, dann fahren wir. Bitte nicht. Passen Sie auf, wo müssen wir denn hin? Wir machen das wie in der Fahrschule, ne? Oh Gott. Guck mal, jetzt gibt es Praxisfahrung. Oh, ich war auch, ich hatte auch schon einen kleinen Indus, da bin ich gefahren, ne? Sie hat keinen Führerschein. Ach, sie hat gar keinen Führerschein. Willst du mal gefahren? Wo sind denn wir? Passen Sie auf, jetzt nicht so viel Gas, nicht so viel Gas, sonst drück ich auf der Handbremse. Gut, gut, gut. Wir gehen ganz sachte aufs Gas, wenn Sie noch gar nicht fahren können, dann machen wir jetzt So, ich bin schon gefahren. Achtung, da ist ein Auto. Und da ist ein Lappel. Ich hab ein bisschen... Achtung. So, ganz langsam, das Lenkrad ruhig alt werden, ne? Das Lenkrad auf die Kühlschuhe und ganz langsam fahren, ganz langsam. Ich habe heute gelernt, man soll immer rechts fahren. Hey. Get up. Egal, 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 egal. Egal. Ignorieren Sie uns, Entschuldigung, ignorieren Sie uns, wir müssen nur kurz was erledigen. Hä? Okay. Okay. Entschuldigung, der Moment ist kaputt gemacht. Ja, alles gut. Wir erledigen sehen. Schönen Abend noch. Eben. Schönen Abend ebenso. Tschüss. Gleichfalls. Wieso passieren hier immer so komische Dinge? So, auf Toilette. Ähm. Ich bin der Ausbruchskünstler. Ja. Das war's. Untertitelung. BR 2018